Servus zu diesem Ostervideo. Bald kommt der Osterhase. Die Frage ist nur, ob dieses Jahr, so wie im letzten, wieder kryptische WhatsApp-Nachrichten die Runde machen. Dabei wurde ein Ostergewinnspiel angepriesen, aber dahinter steckten gefährliche Betrüger. Ich zeige dir gleich was passiert ist, damit du dieses Jahr gewarnt bist. Nach dem Intro geht's los. Wenn du inzwischen ein kostenloses Abo mit Glocke hier lässt, dann würde mich das freuen. Viele Nutzerinnen und Nutzer bekamen auf WhatsApp von Freunden und Bekannten eine Nachricht mit folgendem Text. Kostenlosen Ostergeschenkkerben von Milka. Dazu ein Bild, das den vermeintlichen Gewinn zeigte, einen Schokohasen von Milka und ein paar andere Köstlichkeiten. Das Problem daran war, dass es sich um einen Betrugsversuch von Miesengaunern handelte, wie damals auch das Fake-Check-Portal Mimikama festgestellt hatte. Demnach befand sich definitiv kein Gewinn hinter dem Link, sondern entweder teure Abofallen oder sogar ein Trojaner, der das Handy und alle darauf befindlichen Daten ausspähen konnte. Dann hätten die Betrüger beispielsweise deine Bilder klauen oder dein Konto leerräumen können. Daher wurde geraten, keinesfalls auf den Link zu klicken. Das Problem war, dass der Link sich manchmal sogar automatisch teilte, ohne dass Empfängerinnen oder Empfänger auf den Link geklickt hatten. Auch die Firma Milka selbst warnte damals auf ihrer Website vor den gefährlichen Gewinnspielbetrügern. Sollte so ein Versuch dieses Jahr wieder gestartet werden, dann kannst du den Milka-WhatsApp-Fig unter anderem an ein paar Merkmalen erkennen. Unter anderem ist das die falsche grammatikalische Schreibweise des angeblichen Milka-Gewinnspiels, das sich über WhatsApp verbreitet. Außerdem siehst du bei der Link-Vorschau, dass es sich nicht um eine Milka-Webseite handelt, sondern um eine russische Betrügerseite, da die URL mit .ru endet. Die Experten von Mimikama hatten letztes Jahr testweise auf den Link geklickt und herausgefunden, dass Personen dann auf eine täuschend echte Milka-Fig-Seite weitergeleitet wurden, wo sie zunächst Fragen beantworten sollen. Am Ende sollten sie die Nachricht an 20 Kontakte schicken, um dann am Gewinnspiel teilnehmen zu können. Hattest du die Nachrichten geteilt und du klickst auf Abschließen, wurden dir ständig gefährliche Werbungen zu Abo-File-Apps angezeigt oder, dass dein Handy bereinigt werden müsste. Im Klartext Gehst du darauf ein, wirst du arm oder ein Handy wird heimlich gekappert. Daher ist es wichtig, dass du deine Freundinnen und Freunde umgehend warnst, wenn du die betrügerische WhatsApp-Gewinnspiel-Nachricht bekommst. Hoffen wir mal, dass besonders du von derartigen Betrugsversuchen verschont bleibst und stattdessen der Osterhase schöne Geschenke bringt. Ich wünsche frohe Ostern und sage Servus bis zum nächsten Video. Ich wünsche dir das Video.